Ja, Lanzen & Partner. Was? Lanzen & Partner. Kennst du nicht Lanzen & Partner? Hab ich mal irgendwo gehört, ich dachte das ist irgendein Film oder ne? Das war ne Show. Also das war so ne Krimi-Serie auf Set 1. Ja, also das Möchtegern, so Möchtegern Deutsch Ernst mit den besten Schauspielern. Mit den Typen mit den komischen Schnalzern. Ich fand das damals voll cool, ja. Ich hab das jeden Abend total gerne zum Abendbrot geguckt. Echt? Aber die Folge kommt um 13 Uhr, da kann man doch viel besser gucken. Schöner reingeschaltet habt zwar einen Showdown, mittlerweile natürlich nur auf Moon Ragoon. Hallo. Hallo. Nee. Nee. Fernseh gucken. Ich hab früher Fernsehen geguckt als es noch üblich war. Ja ich auch. Ja ich auch. Oder K11. Da 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 da. Ja. Was, der, 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 was? K11. K11. Was ist K11? Kobra 11 kenn ich. Kommissare im Einsatz. Was für ein Ding. Das kam danach, Lenz und Parker. Ich glaub, ich glaub, da hab ich schon kein Fernsehen. Mit dem, mit dem Nase, doch, doch. Naseband. So hieß das. Das war voll cool. Was für ein Ding. Inspektor Naseband. 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 Ich dachte, ja, Inspektor Gadget bin dover Name. Aber Naseband. Mein Gott, der kann. Der kann doch nicht dafür, dass er so einen Namen hat. Du kannst das nicht führen. Du heißt auch Marcel, bla bla bla. Und, kannst du was dafür? Nein. Ich weiß nicht, Naseband macht eine Serie darüber. Und das Schlimme ist, der Name ist ja auch noch ausgedacht. Es ist eine Kommissarserie. Eine ausgedachte. Ich find's trotzdem cool. Halt die Backen. Naseband. Mano, du verarschst die Serie. Wir können doch drei, vier und so heisst über irgendwas. Weißt du was? Du kannst einfach mal ganz doll deinen Dünnpfiff verbreiten. Naseband. Mano, die Serie war wirklich cool. Ich hab das total gerne immer geguckt gehabt. Das tut mir leid. Und ich hatte, als ich so 14 war und 15 hatte ich sogar einen Crush auf den einen, der dann mitgespielt hatte. Naseband? Nein. Wettertaft? Wie heißen die denn? Du kannst mich einfach mal. Ich würde da nicht durchgehen. Ist wohl egal. Kannst du mal sagen, dass da Raben sind? Ja, nee. Ich würde da nicht durchgehen. Da können Wunde sein. Da können was anderes sein. Was denn? Das ist ein Eiswagen. Der Naseband. Weißt du was? Du kannst das? Du machst mich so lustig über anderen Namen. Wenn ich was witziges finde an deinen Namen, dann mach ich mich da. Ich mach nur über ausgedachter Namen lustig. Das ist kein ausgedachter Name. Nein, nein, nein. Ich hatte früher eine Deutschlehrerin, die hieß Frau Nase. Ja, aber Naseband ist ein ausgedachter Name, weil der Kommissar nicht so heiß ist. Erstens war er kein Kommissar und zweitens war er ein Schauspieler. Der hieß garantiert nicht mit Schauspielern Namen Naseband. Ja, aber es gibt bestimmt einen Menschen, der Naseband heißt. Kann ja sein. Aber der macht in keiner Kommissarserie mit. Schau mal vor, der Kommissar ist ein Naseband kommt dir entgegen. Er fühlt mir um. Ist sie im Inneren? Okay. Hey, ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast. Was denn? Gibt es nur, ob jemand da ist, Kommissar Knödel oder so. Das ist auch lustig. Ja, es gibt wirklich manchmal lustige Situationen. Ich habe eine Deutschlehrerin von mir damals, die hieß Kurz. Und die hat auch von Kurz auf klein geheiratet. Ja. Von Kurz auf klein. Kannst du ja nicht ausdenken, ne? Doch, die hieß vorher kurz und dann den Typen, den sie gehalten hat, der hieß klein. Also von Kurz auf klein. Oh Gott. Der passt gut. Gott, ey. Hallo. Hier zum Beispiel auch jemand da ist Herr Schwanz oder so. Ich will gar nicht wissen, wie, weswegen der gemobbt wurde in seiner Kindheit. Nee. Das ist echt, ja. Ich glaube, dass er nicht so schön ist. Piu. Piu. Was? Schießt auf Gegner? Was machst du? Ich habe, mich habe hier ein Führer. Gesundheit glaube ich. Gesundheit? Nein. Nee, aber ich habe die. Oh. Was denn? Warum renne ich da eigentlich noch? 100 Dollar. Warum renne ich da eigentlich noch? Nicht so schlimm. Braucht denn die Tasche. Okay. Mach der los. Wie viel Geld hast du eigentlich so, Marcel? Hm? Wie viel Geld hast du eigentlich so? Jetzt gerade? Ja. Und das geht doch noch nicht raus kurz. Nein, ich meine insgesamt. Weiß ich nicht. Da achte ich nicht drauf. Ich habe 200 rausgeholt. Ich habe insgesamt noch 7.000 oder 6.000. Boah, dann würde ich an deiner Stelle aber auch noch ein paar Kassen finden. Sonst geht er dann echt langsam den Bach runter damit. Ja. Ist ja so doof. Ich habe auch nicht mehr. Ey, ich muss auch wieder sparen. Ich bin schon wieder auf 19.000 oder so. Ja, irgendwas hat er geschossen. Hä? Was, hä? Ja. Okay, bei mir, weil da was nicht geraden ist, sah es so aus, als hätte Dickclops da, Fleischclops, äh. Und ist am schweren Schweben oder so. Ich lauf hier noch. Da ist ein Tray. Das ist, äh, gut. Das ist, das ist so. Na klar. Aaaaaaah. Ich treffe den nicht. Ich treffe den immer noch nicht. Ich treffe den einfach nicht. Es ist ihm auch egal, wenn ich ihn mit dem Gift treffe. Hier ist Spinne. Ich weiß nicht. Ja, und hier sind noch welche. Okay. Gut, wir müssen jetzt auch der Fintasen. Ja, das ist doch wohl geil. Ja, hier ist doof. Hier mag ich es irgendwie nicht. Nein. Geh mal rüber. Ja, hier ist doof. Hier mag ich es irgendwie nicht. Warte. Nein. Nein. Manu. Du machst die Züge auf. Hör auf. Wie bei der da. Oh, da kann ich da runterspüren. Oh, da kann ich da runterspüren. Was hat die Tür noch dazu gemacht? Warum sagt mir keiner, dass da so ein Typ von hinten kommt? Echt? Was? Was sagt dir einer? Warum sagt mir keiner, dass da so ein Typ, so ein Klumpi von hinten kommt? So, ja. Das war von mir. Entschuldigung. Von hinten verprügelt, ey. Mann, Mann, Mann. Das hört nicht auf zu brennen hier. Schau mal den Aufzug mal um. Du machst die Tür auf und guck mich diese Spalt an und du wirst da runter. Nee, echt davon ist nix. Die Stirn da um? Nee. Soll ich die Tür da weg machen? Hier unten brennt halt immer noch. Soll ich die Tür da weg machen? Ja. Ich bin von rechts mal ein bisschen abgesaved. Ich bin von rechts mal ein bisschen abgesaved. Kommen. Gibt der gerade oben rein oder was macht der da? ja hatten hielt auch noch eine april aber ein neues Ja, kann man den von hier drinnen sehen. Ich muss mal eben kurz zurück. Hä? Staub da einer nach oben! Da kann er mit ner Schotten kommen von oben! Nein, da kommt der! Ach man, okay, war dumm von mir. Mist! Ja, sorry, wir haben auch nicht mit ner Schotty gerechnet. Plötzlich. Das ist schon schlecht, die sehen nämlich. Ja. Die können auch nur rechts, rechts. Ja! Ich wollte Waffe dafür. Ich hoffe, die haben die jetzt nicht in meine Lanze genommen. Ich hoffe, sie hat eine Schotty. Ich muss aufhören. Ich hoffe, sie hat eine Schotty. Ich hoffe, sie hat eine Schotty muss aufhören. was sind andere? Oah, zwei Mal, zwei Mal, zwei Mal, zwei Mal. Ich bin vorhin. Oh, meinst du? Ich bin vorhin. Oh, ihnen bist du. das sind andere hilfe schrattet er dich auch immer so für ragun auf der anderen seite da ist auch noch ein fenster ein gott ist das hier voll Komm, ist ein Tread. Du hast immer noch voll AP. Hattest du keine andere Waffe? Eine gesilencede. Alter, wann war das? Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber du hattest doch zwei Waffen mit, oder nicht? Eine gesilencede, ja. Wie gehört denn jetzt noch dazu sind? Da sind immer noch einige. Der hat immer noch ein bisschen verstört von dem Mann, der mich angeschrien hat. Ja, schreit erst mal das Ohr an, der Typ. Alter, ich kriege jetzt erst mal das Spielzone wieder aus. Wie der hat dich im Ohr geschrien? Der hat richtig rumgeschrien, hast du das nicht gehört? Der ist ihm hinterhergelaufen und hat geschrien. Aber wie? Also, über Voice, oder wie? Ja, ja. Ey, das habe ich gar nicht gehört. Deswegen. Das habe ich gar nicht gehört. Was? Ich dachte, was geht da denn jetzt ab, ey? Der wird schreiend mit dem Messer irgendwie hinterher. Alter, Alter. Da hat er ein bisschen ohne gemacht hier. Da hat er mir angeschrien, der Tschüss. Da hat er aber wieder geschrien. Ich mach den irgendeinem Sound wieder aus. So. Das sollte es auch erstmal gewesen sein von der Runde. Dankeschön fürs Reinschalten, Abo, Glöckchen und Like natürlich nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal zu einem Showdown. Tschüss. 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 Tschüss.